Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einem neuen Infovideo. Und die heutige Ankündigung war dieses Bild, was wir jetzt hier gerade sehen. Und dabei handelt es sich um nichts Geringeres als die Hood. Die Hood kommt auf jeden Fall ins Spiel. Hier haben wir schon mal die Tarnuk am Start. Wir können auch gerne nochmal von Azur Lane den Charakter einblenden. Der stimmt auf jeden Fall mit der Silhouette links überein, wie ihr seht. Und die Hood kommt endlich ins Spiel. Richtig, richtig nice. Das ist auf jeden Fall mal eine Überraschung, würde ich sagen. Und wir können uns gerne auch mal alle Tarnungen, die bis jetzt quasi angekündigt wurden, mit der Zusammenarbeit mit Azur Lane anschauen. Wie gesagt, einmal die Hood, welche denn auch sehr wahrscheinlich im nächsten Update in World of Warships Legends zu finden ist. Was natürlich richtig nice ist. Ich vermute mal, es wird auf jeden Fall ein Premium-Schiff. Wir hatten ja schon quasi die Tage ein Bild gehabt. Das kann ich auch mal kurz einblenden. Und zwar haben wir schon erfahren, dass dort die Belfast quasi auch ins Game kommt. Hier auch nochmal mit der Silhouette. Die Belfast kommt auf jeden Fall auch nach World of Warships Legends. Dort habe ich ja auch schon vermutet, dass dies das Feldzugschiff wird. Aber dadurch, dass wir jetzt irgendwie erfahren haben, dass quasi die Hood kommt. Ja, ganz schwierig. Vielleicht wird sogar die Hood das nächste Feldzugschiff. Wie diese beiden Schiffe natürlich letztendlich ins Game kommen werden, kann ich euch leider noch nicht sagen. Da bin ich natürlich auch gespannt. Aber das ist doch schon mal eine geile Sache, dass auf jeden Fall die Hood und die Belfast ins Game kommen. Und dann schauen wir uns noch die anderen drei Tarnungen an, die bis jetzt gepostet wurden. Hier haben wir das nächste Bild. Und hierbei handelt es sich um die Atago. Hier haben wir auch nochmal die Silhouette. Auf jeden Fall auch mega nice. Dann haben wir hier das nächste Bild. Ihr könnt ja auch gerne mal versuchen zu raten, was für ein Schiff es sein kann. Schreibt es in die Kommentare. Es handelt sich nämlich um die Dunkirk. Natürlich schön zu erkennen an den zwei Vierertürmen vorne und an der Form. Sollte jetzt nicht so schwierig sein. Hier auch nochmal die Silhouette dazu. Die Dunkirk. Und hier ist die fünfte Tarnung, die uns schon gezeigt wurde. Es könnte natürlich sein, dass die nächsten Tage noch weitere dazu bekommen. Dort halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Und speziell, wenn irgendwelche Tarnungen zu sehen sind, wie heute zum Beispiel bei der Hood. Wo es das Schiff noch gar nicht im Spiel gibt. Wo man dann quasi schon die Schlüsse daraus ziehen könnte, dass dieses Schiff dann halt bei uns in Legends reinkommt. Was natürlich mega geil ist. Und hierbei handelt es sich natürlich um das neueste Premium Schiff, was aktuell im Spiel drin ist. Es ist die Nelson. Auch nicht so schwierig zu erkennen an den Türmen vorne. Hier auch nochmal die Silhouette. Das sind halt die fünf Tarnungen, die bis jetzt mit der Zusammenarbeit mit Azulain bekannt gegeben wurden. Außerdem wurde ja noch bekannt gegeben, dass es auch noch Kapitäne geben wird. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Kapitäne quasi einfach diese Silhouetten sein werden. Dass diese quasi so als Kapitäne ins Spiel reinkommen werden. Dass wir quasi dann einen Kapitän haben, der Nelson heißt. Einen Kapitän, der Dunkirk heißt. Einen Atago, ein Hood und ein Belfast. Und was halt noch kommen wird. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese dann quasi auch so als Kapitän reinkommen. Und natürlich für alle, die jetzt hier diese Tarnung hier überhaupt nicht gut finden. Auch speziell jetzt bei den neuen Schiffen wie Hood und Belfast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dort auch die historischen Tarnungen ins Spiel reinkommen werden. Und zur Not, wenn es das nicht der Fall sein könnte, könnt ihr natürlich eure ganz normalen Tarnungen, die ihr sonst im Spiel habt, verwenden. Außerdem werdet ihr auf jeden Fall in den Optionen die Möglichkeit haben, die Tarnung der Azulain quasi zu deaktivieren. So seht ihr quasi in den Gefechten diese Tarnung nicht mal von euren Gegnern. Und selbst wenn der Gegner quasi mit der Tarnung fährt, seht ihr diese quasi nicht. Also für alle, die auf jeden Fall auf diese kitschigen Tarnungen hier nicht so stehen. Dort wurde auf jeden Fall auch dran gedacht. Da braucht ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen. Und das soll es auf jeden Fall für das heutige Infovideo gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitch-Kanal, meinen Twitter-Account, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.